Musik 58-Jährige brutal ausgeraubt und vergewaltigt. Brand vor Asylunterkunft, Feuerwehrfrauen wurden bedrängt. Wertvollste Signer-Firmen müssen Insolvenz anmelden. Glock-Witwe Katrin erbt nun ein Vermögen. Außerdem, USA stellen Ukraine vorerst letzte Militärhilfe bereit. Schönen guten Abend, ja das und mehr sehen Sie heute bei den Corona-News am Donnerstag, den 28. Dezember. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. In der Nacht auf Montag wurde eine Frau auf dem Heimweg in Wien-Floritzdorf brutal ausgeraubt und vergewaltigt. Die beiden Verdächtigen wurden einen Tag später festgenommen, wie am Donnerstag bekannt wurde. In Wien-Floritzdorf soll eine 58-Jährige am Montag von zwei Männern auf offener Straße brutal angegriffen worden sein. Anschließend habe eine der Männer sie auch vergewaltigt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Verdächtigen flüchteten mit der Handtasche der Frau. Die 58-Jährige wurde durch den Vorfall schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Durch akribische Ermittlungen und intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten die zwei Tatverdächtigen am Dienstag ausgeforscht und schlussendlich in einer Wohnung in Wien-Brigittner vorläufig festgenommen werden. Beide zeigten sich zu den Tatvorwürfen teilweise geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden sie in eine Justizanstalt gebracht. Unfassbare Szenen spielten sich im oberösterreichischen Steirereck am Mittwochabend ab. Eine Gruppe von rund 50 Jugendlichen störte einen Brandeinsatz der Feuerwehr massiv und bedrängte weibliche Feuerwehrleute. Die Polizei musste ausrücken, um die Einsatzkräfte zu beschützen. Zuletzt eskalierte am Mittwoch ein Feuerwehreinsatz in Steirereck. Es war 22.30 Uhr, als die Feuerwehren zu einem Brandmeldealarm bei einer Unterkunft für jugendliche Asylwerber gerufen wurden. Schon bei der Zufahrt wurden die Einsatzkräfte von einer Gruppe von rund 50 männlichen Jugendlichen empfangen. Diese hatten sich um einen brennenden Abfallcontainer versammelt und verhinderten so, dass die Feuerwehrleute zum Brandherd vordringen konnten. Die Polizei wurde schließlich angefordert, um die Einsatzkräfte zu schützen. Sieben Streifen und Polizeidiensthunde waren am Ende vor Ort. Vor allem die weiblichen Mitglieder der Feuerwehren wurden massiv bedrängt. Gegen Mitternacht war der Einsatz schließlich beendet. Die Feuerwehren fuhren unter Polizeischutz zurück. Bereits in den Tagen zuvor musste die Feuerwehr mehrere Male zu der Asylunterkunft anrücken. Es war mehrmals fälschlicherweise der sogenannte Druckknopfmelder betätigt worden. Ein Feuer gab es jedoch nicht. Ohne Folgen wird der Einsatz nicht bleiben. Bürgermeister Gerhard Hintringer kündigte noch vor Ort an, dass es in den kommenden Tagen einen Krisengipfel geben werde. Am Mittwoch starb der Unternehmer und Milliardär Gaston Glock im Alter von 94 Jahren. Bis zuletzt lebt er mit Gattin Katrin zusammen, für die er sich 2011 scheiden ließ. Sie erbt jetzt sein gesamtes Vermögen. Der österreichische Waffenhersteller Gaston Glock verstarb am Mittwoch im Alter von 94 Jahren. Der gebürtige Wiener war ursprünglich Kunststofftechniker, bis er 1963 im niederösterreichischen Deutsch-Wagram eine Waffenproduktion gründete. Seine Profession als Kunststofftechniker ermöglichte es Glock deutlich leichtere und in der Anwendung einfachere Schusswaffen herzustellen, die zusätzlich günstiger und zuverlässiger waren. Trotz anfänglicher Kritik an den Plastikpistolen war der Siegeszug Glocks nicht mehr aufzuhalten. Mittlerweile gibt es weltweit Firmenniederlassungen, unter anderem in den USA, wo bis zu 80 Prozent der Polizisten auf eine Glockpistole vertrauen. Das Rampenlicht überließ Glock Zeit seines Lebens lieber den anderen. Er galt als medienscheu und hielt sich aus der High Society, so gut es ging, heraus. In die Schlagzeilen schaffte er es trotzdem immer wieder. Vor allem der langwierige Rosenkrieg mit seiner ersten Frau, die ihn 2014 in den USA auf 500 Millionen Dollar verklagte, sorgte für Aufregung. Glock hatte sich 2011 nach 49 Jahren Ehe von Helga Glock getrennt, um eine 51 Jahre jüngere Filascherin zu heiraten. Seine zweite Frau, Katrin Glock, ist seit 1. Jänner 2021 Vorstandsvorsitzende der Glock GmbH. Nicht ganz überraschend galt der Wahlkärntner in einigen Bereichen als umstritten. So soll sein Name auch rund um eine Investorengruppe bei der notverstaatlichten Kärntner Hypo Alpe Adria eine Rolle gespielt haben, welche genau bleibt wohl ein Geheimnis. Außerdem sorgte vor einigen Jahren ein Grundstückstil zwischen der Kirche und der Glock Stiftung für Schlagzeilen. Im vergangenen Jahr hat der Pistolenproduzent Glock knapp 830 Millionen Euro umgesetzt und etwas über 146 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet. Das Unternehmen beschäftigt rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und beliefert neben dem österreichischen Bundesheer unter anderem auch die Armeen von Frankreich und Großbritannien. In den USA sind Pistolen von Glock die am häufigsten an Privatpersonen verkauften Pistolen. Die Ermittlungen zum Schusswaffenangriff in Tschechien mit 14 Todesopfern laufen weiter. Nun wurde bekannt, der Amokläufer schrieb in einem Abschiedsbrief, auch für einen rätselhaften Doppelmord verantwortlich zu sein. Der Amokläufer von Prag hat sich in einem Abschiedsbrief vor der Tat zum Doppelmord an einem Spaziergänger und dessen Baby bekannt. Der Brief sei in dem Haus in Hostonje gefunden worden, in dem der Attentäter mit seinem Vater gelebt habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Was sonst noch Inhalt des Briefs war, können wir gegenwärtig nicht veröffentlichen, sagt der Sprecher weiter. Die aktuell laufenden Ermittlungen und Vernehmungen von Zeuginnen sowie Zeugen sollen nicht gefährdet werden. Schon vor einigen Tagen hatte die Polizei bekannt gegeben, die ballistische Untersuchung einer Schusswaffe im Haus habe den Verdacht bestätigt, der 24-Jährige könne auch für den früheren Doppelmord verantwortlich gewesen sein. Ein Grund ist nicht ersichtlich. Nach bisher bekannten Ermittlungsstand tötete der Student vor seinem Angriff auf die Universität, seinen Vater im gemeinsam bewohnten Haus und den Spaziergänger mit seinem Baby in einem Waldstück am Prager Stadtrand. Am 21. Dezember erschoss er schließlich 14 Menschen und verletzte 25 weitere schwer bis lebensgefährlich. Anschließend beging er Suizid. Für Kritik sorgte, dass der Schütze offensichtlich ein ganzes Waffenarsenal legal erwerben konnte, ohne dass die Behörden Verdacht schöpften. Bereits der Angriff auf den Spaziergänger und sein Baby hatte die Öffentlichkeit in Tschechien geschockt. Die Parteien haben bei der eigenen Förderung auf die Rekordinflation der vergangenen 24 Monate reagiert. Die Ausgaben von Bund und Ländern für die Parteiförderung sind 2023 stark gestiegen. In Summe haben Parteien, Parlamentsclubs und politische Akademien 237 Millionen Euro erhalten. Am meisten Geld fließt in Richtung ÖVP, die mit ihren Landesparteien und Parlamentsclubs heuer knapp 80 Millionen Euro an Fördergeld erhalten hat. Dahinter folgt die SPÖ mit 63,1 Millionen Euro, vor der FPÖ mit 39,4 und den Grünen mit 30,8 Millionen Euro. Die NEOS erhalten in Bund und Länder 16,7 Millionen Euro, die KPÖ 2,2 und die Impfskeptikerpartei MFG 1,3 Millionen Euro. Welche Partei wie viel erhält, hängt vom Wahlergebnis im jeweiligen Bundesland bzw. bei der Nationalratswahl ab. Somit bringen Erfolge an der Wahlurne den Parteien auch mehr Geld vom Staat. Davon konnte heuer die FPÖ profitieren, die bei den Landtagswahlen in Niederösterreich und Salzburg stark und in Kärnten leicht zulegen konnte. In Summe sind die blauen Fördereinnahmen damit um 13 Prozent angestiegen, klar über der Inflationsrate. Deutlich profitiert vom Wahlerfolg in Salzburg hat die KPÖ. Sie ist im April mit fast 12 Prozent der Stimmen in den Landtag eingezogen und erhält damit gut 700.000 Euro für Partei und Klub. Traditionell stark ist die KPÖ in der Steiermark, wo sie 1,5 Millionen Euro vom Land erhält. Die zusätzliche Grazer Parteienförderung ist hier nicht enthalten. Dort stellt die KPÖ die Bürgermeisterin. In der Regel steigt die Parteienförderung mit der Inflation, während die Klubförderung mit den Beamtengehältern mitwächst. Im Detail unterscheiden sich die Regeln der Länder aber deutlich. Besonders stark gestiegen sind die ausgezahlten Mittel heuer in Wien. Die Hauptstadt hatte ihre Fördermittel 2021 und 2022 weitgehend eingefroren. Nun ist die Summe aus Parteien-, Klub- und Akademieförderung um 11 Prozent auf 46,4 Millionen Euro gestiegen. Im Reich des René Benko häufen sich die großen Pleiten. Auf die Insolvenz der Signer Holding im November 5 Milliarden Euro Schulden, folgt nun jene ihrer wichtigsten Immobilientochter, der Signer Prime, laut Eigenangaben 4,5 Milliarden Schulden. Es war schon länger darüber gemutmaßt worden. Jetzt ist es soweit. Die Signer Prime Selection AG, die Luxusimmobilienschiene und das Herzstück des Konzerns von René Benko meldet Insolvenz an. Der Vorstand der Signer Prime Selection AG hat einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung für die Aktiengesellschaft beim Handelsgericht Wien eingebracht, heißt es in einer Presseaussendung des Konzerns von Donnerstagvormittag. In der Prime sind die bedeutendsten und luxuriösesten Immobilien des Signerreichs versammelt. Dazu zählen unter anderem das Goldene Quartier, Otto Wagners denkmalgeschützte Postsparkasse und das Hotelpark Hyatt. Allesamt in der Wiener Innenstadt. Aus Medienberichten ging hervor, dass die Signergruppe in den vergangenen Jahren viel Energie darin gesteckt hat, eine Konsolidierungspflicht des Gesamtkonzernes zu vermeiden. 2022 waren die Zahlen bereits tiefrot. Die Mitarbeiterzahl der Prime-Gruppe belief sich auf 313, nachdem es im Jahr 2021 noch 467 gewesen waren, zeigt der Wirtschaftskompass. Doch auch diese Hochglanzgesellschaft ist nun insolvent. Die Verbindlichkeiten betragen Gläubigerschützern zufolge etwa 4,5 Milliarden Euro. Das Aktivvermögen liege bei rund 1,3 Milliarden Euro. 300 Gläubiger und 28 Arbeitnehmer seien betroffen. Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern eine Sanierungsquote von 30 Prozent zahlbar binnen zwei Jahren an. Das wären 1,4 Milliarden Euro. Es knallt, es raucht und bereitet Pyrotechnik-Fans große Freude. Das Schießen von Raketen und die Knallereien am Silvesterabend. Dabei ist ein Großteil der Vorwerkskörper F2-Kategorie, wie etwa Raketen und Schweizer Kracher, im Stadtgebiet eigentlich verboten. Wir haben mit dem Pyrotechnik-Experten der Wiener Polizei Christoph Meyerhüber über die Gefahren gesprochen. Der 31. Dezember, der naht und das ist natürlich die Hochsaison für Raketen und Co. Vermehrt werden auch Feuerwerkskörper online illegal im Internet gekauft. Was ist denn jetzt in Österreich erlaubt? Was darf ich als Konsument kaufen und was nicht? Also im Internet darf ich überhaupt nichts kaufen. Wir haben ein sogenanntes Versandhandelverbot. Das ist in der Gewerbeordnung geregelt und das besagt, dass im Internet eben nicht an den Letztverbraucher bestimmte Gegenstände, das ist jetzt nicht nur auf Pyrotechnik beschränkt, sondern bestimmte Gegenstände einfach verboten sind. Das sind Gifte, Arzneimittel, Waffen, eben Explosivstoffe, die dürfen überhaupt nicht im Internet gehandelt werden. Andere Gegenstände natürlich ganz normal, so wie es ist heute gewünscht aus dem Internet-Versandhandelsshop. Von der Pyrotechnik her ist rechtlich gesehen. Es gibt Altersgrenzen. Es gibt Altersgrenzen für die Kategorien. Kategorie bedeutet, das legt da die Gefährlichkeit des pyrotechnischen Gegenstandes. Wobei der Gesetzgeber eine aufsteigende Kategorisierung vorgenommen hat. Beginnen bei der Kategorie F1 bis zur Kategorie F4. Der große Unterschied zwischen F1, das ist ab zwölf Jahren für jedermann freigegeben, das sind pyrotechnische Gegenstände, die in Innenbereichen, also in geschlossenen Räumen, in Wohnräumen verwendet werden dürfen. Sie können sich das vorstellen, zum Beispiel als Dortensprüher. Pyrotechnisch gesehen ist das eine Fontäne oder aber Christbaumschmuck, der pyrotechnisch umsetzt, eben sehr, sehr mindere Gefahr, die davon ausgehend ist. Und der Schutzabstand kann bis zu unter einem Meter betragen. Also das sind wirklich eher so Scherzartikel, Feuerwerk, Spielwaren. In der Kategorie F2 handelt sich diese pyrotechnischen Gegenstände, die für den Außenbereich vorgesehen sind. Und da ist jetzt eine Mindestaltersgrenze von 16 Jahren eingezogen worden. Das ist jetzt für jedermann frei verkäuflich und darf allerdings nur im pyrotechnischen Fachhandel erworben werden. Also das darf nicht mit einem normalen Gewerbeschein, mit Waren aller Art oder so gehandelt werden, sondern muss wirklich im Fachhandel bezogen werden. Und das illegale Feuerwerke sind aber trotzdem im Umlauf. Wo werden die dann gekauft? Also Internet, okay. Sollte man nicht, werden sie aufgekauft? Was sind noch Wege? Wege. Erstens einmal das Ausland. Ich würde es jetzt nicht nur auf unsere nördlichen Nachbarn begrenzen, sondern sämtliche Österreich umgebende Länder haben wahrscheinlich teilweise auch ein anderes Pyrotechnikrecht. Das ist österreichisches Recht. Das heißt, wenn ich nach der jeweiligen landesgesetzlichen Bestimmung dort Feuerwerke erwerben darf, dann wird das zählen. Und halt, was auch noch dazu kommt, es gibt immer wieder korrupte Händler. Und damit ist Tür und Tor missbräuchlicher Verwendung von Pyrotechnik leider Gottes geöffnet. Wer sind vor allem die Konsumenten? Wie alt sind die? Haben da was herausgefunden? Ich habe im Zuge meiner Tätigkeit als Marktüberwachungsbehörde die Erfahrung gemacht, dass das Gro der Käufer so zwischen, ich sage jetzt einmal, 16 bis 35 Jahre alt ist. Und meistens männlich. Also ganz selten, dass einmal eine weibliche Käuferin aufgetreten wäre. Aber das meiste, was ich selber beobachtet habe, ist männlich. Und dann gibt es noch eine Gruppe der älteren Väter, Großväter, die halt dann ihren Kindern irgendein Feuerwerk halt dann zu Silvester präsentieren möchten. Genau, jetzt darf man es zwar kaufen als Normalkonsument, wo darf ich es aber schießen? Darf ich in Wien überhaupt ein Feuerwerk privat loslassen? Nein. Der Gesetzgeber hat unter besonderen Ruheschutzes als auch der Brandgefahr, die in geschlossenen Bereichen bespähen, sprich im Ortsgebiet, ein absolutes Pyrotechnikverbot erlassen. Es gibt zwar eine Ausnahmemöglichkeit, es könnte der ortansässige Bürgermeister durch Verordnung bestimmte Teile eines Ortes für das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen als erlaubt oder geeignet erklären. In Wien gibt es so eine Verordnung nicht, in manchen Bundesländern und in manchen Gemeinden gibt es die Verordnung, aber da müsste halt ein entsprechender Weiterbereich gegeben sein, wie zum Beispiel ein Sportplatz. Aber in Wien ist so eine Verordnung niemals getroffen worden, deswegen gilt absolut das Verwendungsverbot im Ortsgebiet. Außerhalb des Ortsgebietes gibt es zwar ein paar Stellen, wo es verboten wäre, zum Beispiel, wenn ein besonderes Schutzbedürfnis besteht, weil dann eben ein Krankenhaus ist oder ein Seniorenheim, ein Tiergarten, Kinderheime. Also alle die Personen, die einen besonderen Ruheschutz benötigen, da würde auch noch ein absolutes Verwendungsverbot bestehen. Aber ansonsten außerhalb des Ortsgebietes darf jedermann ab 16 Jahren seinem Hobby frönern. Die USA stellen der Ukraine weitere 250 Millionen Dollar bereit. Ja, es ist das letzte Hilfspaket dieses Jahres, ein weiteres wird es zunächst nicht geben. Die US-Regierung stellt der Ukraine weitere Militärhilfe in Höhe von 250 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Damit dürften die bisher bewilligten US-Mittel nun weitgehend ausgeschöpft sein. Es handele sich um das letzte Paket heuer, teilte US-Außenminister Anthony Blinken mit. Die Hilfe beinhalte unter anderem vor allem Munition, darunter 15 Millionen Schuss für kleinere Waffen und Munition für die Luftabwehr oder den US-Mehrfach-Raketenwerfer vom Typ Himas. Unsere Hilfe war entscheidend für die Unterstützung unserer ukrainischen Partner bei der Verteidigung ihres Landes und ihrer Freiheit gegen die russische Aggression, so Blinken, wie es nun künftig mit der US-Unterstützung für das von Russland angegriffene Land weitergeht, ist völlig offen. Das Weiße Haus hatte Mitte Dezember bereits erklärt, nur noch Mittel für ein weiteres Militärhilfepaket für die Ukraine in diesem Jahr zu haben. Es hieß außerdem, dass mit Ende des Jahres die bisher bewilligten Mittel aufgebraucht sein werden. Die Freigabe weiterer Mittel wird derzeit von einem Streit im US-Parlament zwischen Republikanern und Demokraten blockiert. Die Republikaner stehen der Bewilligung neuer Hilfsgelder im Weg, weil sie von US-Präsident Joe Biden im Gegenzug eine Verschärfung der Asylpolitik in den USA fordern. Ob, wie und wann sich beide Parteien im kommenden Jahr auf neue Mittel einigen werden, ist also unklar. Biden hatte die Aussichten auf eine schnelle Bewilligung weiterer US-Hilfen bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky in Washington vor zwei Wochen gedämpft. Er räume ein, dass er keine Versprechungen machen könne, aber hoffnungsvoll sei, dass es eine Einigung im Kongress geben werde. Ja, wie lange wird Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine noch andauern? Im 22. Kriegsmonat können weder die russischen Angreifer noch die ukrainischen Verteidiger nennenswerte Gebietsgewinne verzeichnen. Da liegt es eigentlich nahe, dass Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine in nicht mehr allzu weiter Ferne liegen. In den vergangenen Tagen machten Informationen die Runde, dass der Kreml-Herr Wladimir Putin an einem Waffenstillstand in der Ukraine und Friedensgesprächen interessiert sei. Doch Kritiker warnen, sie könnten nämlich eine Falle sein. Im März 2023 hatte der russische Präsident Chinas Staatschef Xi Jinping verraten, dass Moskau mindestens fünf Jahre lang in der Ukraine Krieg führen wolle, vermeldet das japanische Medium Nikkei am Donnerstag. Putin soll versucht haben, China davon zu überzeugen, dass ein Abnutzungskrieg für den Kreml von Vorteil sei und Moskau am Ende des Tages als Sieger hervorgehen würde, auch wenn die Lage zu der Zeit ziemlich düster aussah. Am 23. Dezember schrieb die US-Zeitung New York Times unter Berufung auf ihre Quellen, dass Putin seit September der Ukraine und deren westlichen Partnern über Mittelsmänner ausrichten lasse, das Blutvergießen in der Ukraine beenden und den Konflikt unter Beibehaltung der derzeitigen Grenzen einfrieren zu wollen. Die Bedingung sei also, dass Russland die besetzten Gebiete behält. Das japanische Medium vermutet, dass Putin kurz vor der Präsidentschaftswahl in Russland die Illusion aufbauen möchte, dass er in Richtung Frieden unterwegs sei. Mit dem Hintergedanken, dass ihm diese Atmosphäre stimmentechnisch in die Hände spielen würde. Die Präsidentin der Republik Moldau, Maria Sandu, scheint Putin den Versöhnungskurs nicht abzukaufen. Sie warnte, dass der Kreml-Herrscher seinen Krieg gegen die Ukraine niemals aus freiem Stücken beenden würde. Sandu appelliert an alle, die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Sie sei es im Interesse aller, dass der Krieg beendet werde. Rund 150.000 Menschen sind jüngst neu nach New York gekommen. Dort bekommen sie viel Unterstützung, aber die Stadt gerät auch an die Kapazitätsgrenzen. Die Republikaner fühlen sich bestätigt und den Demokraten bereitet das Thema im Wahlkampf Sorge. Die US-Metropole New York sieht zum Jahreswechsel auf einen zuletzt ungekannten Zustrom von Migranten und Flüchtlingen zurück. Mehr als 150.000 Einwanderer kamen in den vergangenen eineinhalb Jahren in der Stadt an der Ostküste an. In manchen Wochen waren es gleich mehrere Tausende und sie kamen aus aller Welt. Nun, zu Beginn des Winters, droht die Stadt mit acht Millionen Einwohnern an die Grenzen ihrer Kapazitäten zu geraten. Der demokratische Bürgermeister Eric Adams fand jüngst drastische Worte. Dieses Thema wird New York City zerstören. Damit spielt Adams vor allem auf fehlende Unterkünfte und finanzielle Ressourcen der Stadt an, um sich um die Ankömmlinge zu kümmern. Einer der Gründe, warum New York so viele Menschen anzieht, ist die rechtliche Verpflichtung der Stadt, jedem, der darum bittet, eine Unterbringung für die Nacht zu gewähren. In der Praxis klappt das schon längst nicht mehr und auch rechtlich wird das Gesetz immer wieder, darunter auch von Adams, infrage gestellt. Lasst es mich euch sagen, New Yorker, noch nie in meinem Leben hatte ich ein Problem, bei dem ich das Ende nicht gesehen habe. Aber ich sehe hier kein Ende, sagte Adams schon vor Wochen. Rund 12 Milliarden US-Dollar würden die Neuankömmlinge, die als liberal und offengeltende Stadt im Verlauf von drei Jahren kosten, rechnete Adams vor und verhängte noch im Herbst den Notstand. Die meisten Einwanderer, darunter auch Menschen aus Afrika und Asien, kommen auf dem teils sehr gefährlichen Landweg über die Südgrenze der USA. Von dort aus gelangen viele nach New York, entweder mit Bussen, organisiert unter anderem vom republikanischen Gouverneur von Texas, Greg Abbott, oder selbstständig. Es ist politische Taktik republikanischer Gouverneure südlicher Bundesstaaten, Migranten in demokratisch geprägte Teile des Landes zu schaffen. Neben vorhandenen Notunterkünften hat die Stadtverwaltung Hotels umfunktioniert oder Zeltstädte in Parks oder Freiflächen errichten lassen. Auch der Central Park, Kreuzfahrtschiffe und Schulturnhallen wurden schon in Erwägung gezogen. Die illegale Einwanderung ist auch eines der dominierenden Themen im Wahlkampf für die 2024 anstehende Präsidentschaftswahl in den USA. Die Republikaner, für die unter anderem Ex-Präsident Donald Trump wieder antreten will, werfen dem demokratischen Präsidenten Biden vor, nicht hart genug dagegen vorzugehen. Die Demokraten wiederum werfen den Republikanern vor, Gesetzesinitiativen zu dem Thema zu blockieren und sich nicht konstruktiv an Lösungen zu beteiligen. Das Beispiel New York liefert den Republikanern Munition und setzt Biden vor der Wahl zusätzlich unter Druck. Zwar wählt der Staat New York, getrieben vor allem durch die gleichnamige Metropole, meist verlässlich für den demokratischen Präsidentschaftskandidaten, auf lokaler Ebene und bei Kongresswahlen könnten sich mit dem Migrationsthema aber auch republikanische Kandidaten durchsetzen, mit Folgen auch für Washington. Das waren sie, die KRONE News am heutigen Donnerstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen wieder.